Ja, herzlich willkommen Ralf, gut, dass ich euch daran erinnert habe, dass du ein hervorragender Maler bist, das wissen ja die Menschen, die dir nahe stehen. Hast du eigentlich eine Freundin oder bist du schon verheiratet? Das Problem war, wie das geschehen ist, drei Tage vorher habe ich meiner Freundin im Stadion einen Heiratsantrag gemacht. In was vom Stadion? Im Südstadion, bei der Fortuna, weil ich bin Spieler von Fortuna Köln, wir haben ein Benefizspiel gehabt gegen den 1. FC Köln und dann habe ich vorher meiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Hast du die Ausstrahlung erwartet? Ich warte die Ausstrahlung. Aber sie weiß schon davon, oder? Inzwischen? Doch, sie weiß davon. Mit so einem Opfer, großartig. Vielen Dank. Du darfst gerne wiederkommen und Grüße an deine Freundin, deine Verlobte. Ich schreibe dir nachher noch eine Entschuldigung. Alles Gute. Ja, danke schön. Jörg und Ruth, bleib noch einen Moment bei uns. Erklär uns das jetzt mal. Klaus, Klaus, setz dich einfach nochmal zu uns. Ich muss dir noch was sagen. Also, Klaus, dieser Typ hier spielt gerade deine Rolle. Und zwar richtig gut, wie ich finde. Eigentlich so gut, dass es für eine Rolle im Fernsehen reichen würde. Für eine große Rolle. Für die Comedy-Falle mit Kai Pflaumen. Ja. Und ich bin gut mit mir schon. Und wir sind jetzt verhalten. Ja, sie ist echt. Ich bin ganz stabil. Ich bin ganz stabil. Danke schön. Danke, dass ich viel von mir gekommen bin. Danke schön. Da sind wir das, die Dieenen. Jaa! Ja!